Musik ...messen kann. ...test schon. Es wird schon reichen, wenn ich die scheiß Handgranate mal da oben diesen verfickten Turm rankriegen würde. Hm. Ja, du kannst den Turm nicht runternehmen, kein CV, ne? Ja, wo ein Raketenwerfer ist ja erlaubt. Ja, aber nicht auf... Ja, wäre schon erlaubt, stimmt. Aber ja... Dann lass uns das einfach machen, dann lass uns das Schuss machen. Nee, dann musst 8 mal schießen, das ist viel zu aufwendig. Dreckspawn erwischt. Ja, auch kein Nimmlein. Wir fahren gleich in den Nades, Richtung Alpha. Wir kontrollieren jetzt ein, das Zielschade. Und rauf in den Turm, rauf in den Turm. Ganz wichtig. Oh, die sind schon hinter uns. Der ist schon hinter uns. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Und Virtus, äh... Ja, der ist hinter dir gelaufen. Geht schon auf C drauf. Im Treppenhaus einer. Im Treppenhaus 2. Ena ist eingefrackt, hat nur 3 unten. Und Ena ist hoch hier ran. Ich brauche mal Hilfe auf C, der Bypass auf C. 3 außen. Ah... Äh, Brand, der schmeißt hier dran. Einer ist schon auf C, innen. Dann machen wir das gleiche wie die. Ganz einfach. Einer ist hier noch. Bravo ist wichtig. Wir müssen unbedingt verarbeiten, Jungs. Treppenhaus waren noch welche. Einer noch, zwei noch, zwei noch. Was bauen die denn alle? Fangen die schon an draußen zu snipen, du? Die Frage ist nur, wie kam denn nach C? Ich war doch außen, da ist gar keiner mehr vorbeigelaufen. Ich hab dir gesagt, da ist einer durch. Okay. Ich würde sagen, zurück zu Bravo. Ich hab gesagt, es ist eine unten durch auf C. Und auf dem ist noch einer gespornst. Hab ich gesagt. Das ganze Treppenhaus ist voll. Lass mal Charlie nehmen. Draußen sind... Boah, fuck alle. Einer down draußen. Einer down draußen. Bravo ist weg, würde ich meinen, ne? Draußen noch einer down. Geht mal zu eifern, Neu. Ich glaub Charlie oben ist noch was. Im Turm zwei Mann mindestens. Nein. Oben. 2-0, halber Revive. Oh. Okay, und sobald wir Charlie auf Bravo drücken. Charlie oben. 2-0. Gehen wir am Turm bei Bravo noch. Hören wir nach oben. Ich wäre jetzt straight to Alpha. Alpha geht. Alpha geht. Hab ihn. Hallo. Küche. Vor der Küche. Links aneinander. 2-0. Ah. Turm. Ähm. Bravo. Erdgeschoss. Geh gucken, du bleibst stehen. Draußen. Geht jetzt Treppenhaus. Ne. Bleibt draußen. Wo ist er raus? Ja. 28 hat er noch. Sambleiben. Unten Treppen. Viper. 9 HP. Kacke. Unten ist noch einer. Bravo. 9 HP. Der geht auf C. 9 HP. Außer es ist auch was. Ja. Lass uns Bravo jetzt holen. Bravo wäre welcher Tiger. Ich glaube ich bin draußen noch Charlie eventuell noch. Oh nicht oben lang. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Oh ja. Die kommen jetzt alle unten lang. Nach B. Da draußen ist noch einer. Ich weiß aber nicht wo der hin geht. Ah. Ihn habe ich gekriegt. Ihn hat mich. Unten ist sauber. Wo ist der Daniel? Im Gang zu Alpha. Keine Ahnung. Oh je. Wenn ihr. Oh. Wir sind aber auch doof, Alter. Ihn haben es. Der Viper hat noch vieres unten. Nur nochmal anpusten. Ja. Pust mal. Ne. Nicht da lang. Ich gehe nur zur Ablenkung. Ja. Wollte auch in Pust mal gucken. Gucken ist schon tödlich bei denen. Oben. Oben. Oben laun. Ach. Da unten noch einer. Ja. Boah. Äh. Bist du erst gerade gespawnt, Alter? Ja. Ja. Ich lasse dich da liegen, ne? Also. Ja, ja. Ist okay. Das ist gut. Hm. Unten im Brau noch einer mindestens. Da ist noch einer. Ja. Ist immer noch im Turm. Okay. Zusammen. Und auf Brau und oben würde ich meinen. Oh fuck. Ich müsste dann zu 8 zu 9 zu 10 durch. Wartet noch. Wartet noch. Unten links einer. Oh. Hält kommt. Wart mal Mike. Hey. Oh ey. Ah von hinten. Mann. Wer rätzt dann da vor dem Loch? Hm. Okay. Was machen wir? Gehen wir durch oben? Oben kommt sie nicht durch. Ein einziger Tisch. Drei Mann im Turm drin. Ja. Drei sogar. Gehen wir durch? Ja. Zwei oder drei. Ich hab zwei gesehen. So. Jetzt durch Mike. Mike. Jetzt. Oh fuck. Ich hab ihn verworfen. Er weg hier aus. Ich bin durch. 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 gleich weg ich trage wirklich alles einer kommt außen lang Boah, ja natürlich, da oben noch einer, zwei Mann mindestens im Toben, die decken den ganzen Gang da ab, also da brauchst du nicht probieren durchzukommen. Der ist noch immer links um. Down, äh, down links. Was? Noch einer? Andere Seite sitzt auch noch einer. Ja, alter. Er schmeißt ihn nicht unten, den Sehen, aber geht er nicht. Einer rechts in der Tür. Einer oben, B, sieben Prozent. Habe ich, down. Einer ist hinten, raus, hinten, runter, down. Gleich drei Stück da. Mach die, mach die. Jetzt rennst du mir. Ja, weil du mir... Ihr habt den einen erschossen oder den kommst du mir rein. Wir müssen uns jetzt Power holen, Jungs, ganz wichtig. Im Turm drei Mann. Zwei davon sind eigentlich fracked gewesen. Charlie dropped. Ja, ich geh jetzt schon. Unten durch sind sie. Weiß aber nicht, wo sie unten sind. Bin mit. Unten im langen Gang? Ja, unten im langen Gang. Einen hab ich, einer lebt noch. Hier vorne liegt Ammo? Ja, nur so. Ich muss mich. Hör mir mal. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Schau mir mal. Scheiße. Ich bin fertig. Ach, zwei Stück an Alvo. Oh, ich wusste es doch, Mann. Bravo, wir sollten jetzt wenig Leute sein. Wir müssen uns Bravo holen. Jungs, jetzt ganz wichtig. Ja. Wir sind gerade an Alvo ein bisschen beschäftigt. ja wenn er schon angehittet mittlere boxen mittlere boxen die geht und draußen sehen aber wieso schießen sie mir alle in den kopf wirklich jeder geht doch gar nicht geht ja wohl ja anscheinend darum zwei stück aber draußen sitzen auf dem berg und ja macht nach draußen alle klar quasi der deckt den ganzen weg ab naja oben sitzen sie im turm ne 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 kannst du vergessen noch mal raus du kommst das ist einfach so eine schlauchige map du hast genau zwei durchgänge und wenn die zu sind dann ist vorbei wir kommen außen zu zweit das sehen würde wäre es doch toll aber wir können die so dermaßen da durch aimen das geht doch gar nicht die brauchen nicht viel aimen die durchgänge sind drei meter ja das ist muss ich gerade sagen das ist eigentlich einfach auf den hüls wieder aber was ihr gut gemacht hat eben gerade warum macht ihr das nicht häufiger der sucht ruhig auf A ganz außen durch oder so wie sie genau hoch 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 nein der tut jetzt gehen wir die scheiß typen mal die haben kann ja nix sein hä nein die kommt mal hinten von charlie aus von charlie aus von charlie aus geht auf b geht auf b charlie geht auf c die der kommt aber der holt uns einfach mal bravo außen zwei stecken stimmt charlie ist immer noch einer war nur ein halber revive ja mach mit die 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 in d ja keine chance kommst du nicht ja Unten ist... Unten ist... F-Moi! Fuck, jetzt LMG ist alles, ja? Naja, jetzt spielen alle LMG jetzt. Das sollte nicht passieren jetzt. Naja, du kannst vergessen. Puh! Oh Gott! Opfus 3, 2, 1! Sorry! Ich habe aus der Entschärnung da... Ach, der liegt da unten mit LMG! Ja, Smoken wäre dann eine Option gewesen. Aber ja... Das ist doch nicht Müll! Ui, bleib mal! So, die springen hier... Ja... Ja, klar doch! Aus der Entfernung, ey! Puh! Not bad! Kannst du mir nicht... Alter, das ist ALK Power! Ne, ne, ne! Das ist nicht ALK Power! Ich stehe an der Ecke! Angeankt und alles! Der springt mir um die Ecke auf die andere Seite und killt mich noch mehr! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Unsere Map kommt ja noch! Unsere Map kommt ja noch! Aber jetzt... Ich bin jetzt bei unserer Runde mit den Regeln... ... was abzuregeln! Sind da jetzt auch Einschränkungen? Also darf ich jetzt meine MPX nicht nehmen? Ja! Was ist MPX? Bis zum nächsten Mal!